Stelle dir vor, wie das Mondlich immer mehr in deine Quelle hineinstrahlt. Die unbegrenzte Kraftquelle in dir beginnt immer mehr zu fließen und zu strömen. Du bist erfüllt mit der frei fließenden Energie deiner Quelle. Das wunderbare Quellwasser strömt und fließt immer mehr und beginnt über zu strömen. Das von Mondlicht erleuchtete Lichtwasser fließt nun zu allen Wesen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, mit der du verbunden bist. Alle deine Verbindungen werden mit der Quellwasser gereinigt, gereinigt, geklärt und gesegnet.